Leute, hört mal alle her, mein Vater ist der liebe Gott, meine Mutter ist Jungfrau und wenn ihr mich hinrichtet, das werdet ihr bald tun, esst mich hinterher auf, ich werde mich immer wieder regenerieren und ihr könnt mich ja tausendelang weiter aufessen. Und ähnlich unglaubwürdig, ähnlich abenteuerlich ist doch die Geschichte, die uns dieser Geldschein erzählt. Das Problem, dass beide Systeme, Kirche und Banken haben, ist letztlich das Problem der Deckung. Ist der Glaubensanspruch, der da geäußert wird, ausgewiesen? Und so erzählen uns eben viele Leute, denen wir einfach glauben, Geschichten, warum das Geld funktioniert. Das sind die Priester, denen wir glauben. Und wir haben alle dieselbe Intuition, dass es ganz gut ist, das zu glauben. Würden wir Misstrauen akkumulieren, würde es nicht funktionieren. Also wir glauben einfach, dass dieses Zeug irgendwie gedeckt ist, weil wir wissen, dass wir alle geschädigt wären, wenn wir das nicht mehr glauben würden. Vielen Dank. Vielen Dank.